Der Tourbus, der Band Giant Rooks, die sind gerade eben angekommen. Frederik, wie lange habt ihr gebraucht? Fünf Stunden, glaube ich, ungefähr. Das war wie viel zu lang? Eigentlich, ja, zwei, glaube ich, ungefähr. Ist schon stressig dann, ne? Also donnerstags nachmittags, weil zwei von euch gehen immer noch zur Schule? Ja, genau, das stimmt, ja. Eigentlich sollte es irgendwie drei Stunden dauern, das war irgendwie alles gesperrt und ja, wir konnten erst um zwölf los. Aber ja, jetzt sind wir hier. Und ihr seid ja auch durchaus geübt, jetzt mittlerweile ein- und ausladen. Wie viele Festivals habt ihr in diesem Sommer gespielt? So an die 30, glaube ich. Ja, ist echt, ja, das Dreifache vom letzten Jahr auch nochmal. Also es ist total gut, ja. Man muss sagen, Giant Rooks sind eine der Bands in Deutschland, über die sehr viel gesprochen wird. Ihr habt den Pop-NRW-Nachwuchspreis gewonnen. Und wie gesagt, die ganzen Festivalauftritte und jetzt hier beim Reeperbahn Festival zu spielen. Ist das halt auch, ich sag mal jetzt noch mal so ein I-Tüpfelchen auf die Saison oder nehmt ihr das einfach so mit? Definitiv. Also genau, Pop-NRW-Preis haben wir gewonnen in der Kategorie Newcomer. Und jetzt Reeperbahn Festival und dann dürfen wir auch noch beim New Music Award in Berlin antreten für NRW. Und das ist dann, also wirklich diese beiden Sachen sind jetzt nochmal so ein großes Highlight für uns. Ist denn dann das Reeperbahn Festival wirklich dann jetzt auch nochmal eine Chance, einfach noch ein größeres Publikum zu erreichen? Oder vor allem, weil es so ein Business-Ding ist, auch Booker und die Festivalsaison für nächstes Jahr schon klar machen? Das kann gut sein. Wir waren ja noch nie hier, deshalb kann ich das noch nicht so richtig sagen. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, vielleicht beides. Mal schauen. Das Schöne ist, ihr habt auch Akustik-Gitarren dabei, von daher die Band lädt in der Zeit aus und ihr spielt noch einen Song für euch. Welchen werden wir hören? A New Estate spielen wir. Den habt ihr extra für uns geübt, ne? Genau, ja, richtig. Das hören wir uns jetzt an. Giant Rooks. homens Joey 21 22 24